In dem Hinterbericht aus haben wir erfahren, dass wir die Bowlingkugel nehmen können und Termiten. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Wie ungeschickt. Das Phantom hat also die Schlüssel. Okay, ich muss sagen, ich weiß es. Ich mache es einfach schnell, weil den Teil kenne ich. Nie von ihm verabschieden können. Ja, genau so sieht es aus. Und dann machen wir folgendes. Wir werden hier den Spiegel machen, um das Mondlicht zu reflektieren. Lilly hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden. Auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Ach so, einen Haken an der Tür. Okay. Jetzt wird das da markiert. Nur noch die Termiten. Die Termiten müssen noch mitspielen. Ach, wir haben hier noch eine Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Oh. Honig Pfannkuchen. Ach, mögen Termiten. Mögen die nicht Holz? Okay. Ich lasse die mal essen. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Okay, ja, und jetzt hängen wir das Bild an den Haken. Was ist das denn? Ein Geist? Na, hör mal. Wenn hier einer spukt, dann... Äh, warte mal. Alfred? Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich... Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred. Ich konnte mich nie von dir verabschieden. Oh. Oh. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja. Ich weiß. Du miese Dreckskröte. Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na, warte. Ja, ist traurig. Und könnte in einem dritten Teil gut ausgearbeitet werden. Aber wir gehen weiter. Durch die letzte Tür. In den letzten Moment von... Habe ich's neu auch. Hallo, Lili. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt? Dank Dr. Marcel bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lili. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignorier sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh oh. Ja. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnose-Puppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnose-Therapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Ja, wir freuen uns alle. Nadel. Keine spitzen Gegengeschön. Okay. Aber noch Poki. Der letzte Kommentar, wie ich das sehe. Ja. Oder? Ja, und sowas wünscht man sich natürlich schon als Autor, dass man halt irgendwie eine Fortsetzung von einem Teil dort enden lassen kann, wo der erste Teil gestartet hat. Irgendwie ist es einfach schön, dass halt irgendwie hier alles gipfelt und ihr habt es sicherlich schon erraten, die Geschichte spitzt sich zu und wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Und hier gibt es eben nicht nur ein Wiedersehen mit allen Charakteren, die halt in der Geschichte von Anfang an wichtig waren. Garret ist da, Edna ist da, die oberen Ignaz ist da und Dr. Marcel schließt uns ein und eine ganze Reihe Harvey sind da. Nein, es gibt auch ein Wiedersehen mit Ednas Einzelzelle aus dem ersten Teil. Und peinlicherweise wurde die Naht von dem zerschlitzten Kissen ein Polster zu weit unten reingeskriptet und mir ist es nicht aufgefallen. Das ist mir so dermaßen peinlich. Das könnt ihr gar nicht, ey. Wissen Sie, oder? Heh. Naja. Auf jeden Fall besonders schön fand ich auch bei den Aufnahmen und als ich es dann halt irgendwie zum ersten Mal gespielt habe, die Wiederzusammenführung von Edna und Habe, also wenn man das erstmal die Aktion Benutze Edna mit Habe macht, das war für mich tatsächlich selbst einfach ein magischer Moment, das zu schreiben erstmal und das dann halt auch tatsächlich wieder von den alten Sprechern zu hören und so. Es liegt ja alles nicht so weit zurück, aber na, das mir gibt mir schon ein bisschen feuchte Augen und ich hoffe, ich kriege die beiden auch wieder mal für ein Projekt ein mögliches. Nächstes. Äh, wer hat das Mikro? Wer weiß. Wer weiß. Benutze Habe mit Edna. Aber erstmal, René. Ähm, ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines HR-Geiger-Alb-Traums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehen-Szene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Okay. Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Okay, Benutze Habe mit Edna. Habe, bist du es? Du sollst nicht mit Feuer spielen. Au, Backe. Was hat Dr. Marcel bloß mit dir angestellt? Hm. Ich schätze mal, wie Poké am Anfang uns vermittelt hat. Nadel und Faden. Jetzt hat Lilly Nadel und Faden. Hier? Lilly würde den Teufel tun, der Oberen beim Strick. Nö. Komm, Lilly. Du kannst mir... Wir sind bra... So... Die... So wird Lilly. Ja, okay. Äh, können wir die mit Nadel und Faden runterholen? Nee, oder? Lilly wollte, aber sie hat... Was? Opferleimer? Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberen fortwarten. War, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das... Augen? Habe ist alte Augen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Und auf Harvey. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das. Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst... Du sollst... ...mich an meinem pusseligen Hintern kraulen. Ha! Ho! He he! Ye! Ye he 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 he! He 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 he! Ich bin wieder da! Ha 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 ha! Hm. Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Ha 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 ha. Harvey, bist du es? Oh, und... Und da hast du auch Edna. Na los! Los, los, los! Lass uns etwas anzünden. Und wir wollen zum Mond fliegen. Und es anschließend aufessen. Na los, Lilly! Worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander! Geti! Harvey! Harvey! Harvey, bist... Äh, nein! Nein, nein, nein! Ach so, das hat man noch nicht. Ich bin der neue, verbessernde Harvey! Guck mal, ich hab diese neue Schnur. Zieh mal bitte dran, Lilly! Du sollst dir die Furzgeräusche nicht bis zum Essen aufsparen. Na, ob das eine Verbesserung ist? Du hast ja noch nicht nach dem Essen dran gezogen. Ach, Harvey, du bist wirklich wieder ganz der Alte. Klaro, klaresimo! Aber du wirkst ein bisschen eingerostet. Hast du einen neuen Hut? Ich bin gefesselt, Harvey. Äh, ach so. Ach so. Seit wann regst du dich über solche Kleinigkeiten auf? Da sind wir doch nun wirklich schon mit Schlimmerem fertig geworden. Eben. Also hilf Lilly, uns hier rauszuholen, okay? Sie ist wirklich sehr gut in sowas. Sie ist meine beste Freundin. Ha ha ha. Hättest du wohl gern. Lilly ist nämlich meine beste Freundin. Habt ihr's bald? Wenn es euch nichts ausmacht, sollten wir Lilly hier lieber einen Weg nach draußen finden lassen. Bevor der Doktor wiederkommt. Bevor der Doktor wiederkommt. Ja, ja, schon gut. Spielverzerber. Ach, cool. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Naja, hier nichts. Hier. Können Harvey jetzt mit der benutzen? Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dauerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Ja. Funktioniert's? Ja, alle. Haha. Hey Lilly! Du auch hier! Cool! Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen! Cool! 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 Tutorial hätt' ich gern. Jetzt seid ihr am Zug! Wählt eine eurer HW-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder HW hat im Normalfall eine Aktion. Wir werden dich so wehersetzen, okay. Ähm, dann benutzen wir Feuer HW. Megabrand. Heiz bis zu 5 Gegner ein. Der ist schön, macht mehr Schaden. Ja, 5 Gegner. Und ähm... Ja, oder? Wurde ich Schaden bekommen? Ach so, die haben auch schon, die haben den Schaden schon. Ich bin Schütz vor Schussattacken, okay. Äh, Kombo Nahkampf-Later-Schwert macht Schaden. Ist auch immer mit unserem Feuer hier, oder? Macht mehr Schaden auf, auch, äh, Wendigung mal. Finde ich echt cool. Äh, Grenzposten-Schütz zu bis zu 3 HW, Megadauerfeuer, trifft bis zu 5 Gegner. Ich will immer auf... Oh, was? Was war das für ein Grosch? Die haben gar keinen Schaden bekommen, bemerke ich gerade. Äh, schön, Propaganda. Lässt den Gegner zwar seinen Mitstreiter angreifen. Und blockiert ihn. Wir haben aber nicht wirklich Schaden bekommen, oder? Äh, Feuer habe, wir machen mal Magie, Feuerattacke auf 2 Gegner, auf die beiden. Wir greifen einfach mal normal an. Die haben der Schneemannschützer an die Verbündeten. Magie, wie leid ein Opfer. Wir töten jetzt erstmal den Schneemann alle auf einen. Ich glaube das ist das schlaueste. Magie, wie leid ein Opfer. Okay, Schneemann ist da unten. Äh, nehmen wir uns als nächstes in Wendigung. Magie, wie leid ein Opfer, Wendigung. Achso, wir haben gerade den Drachen. Ach, wer kann heilen? Ist mir jetzt egal. Äh, wie leid ein Verbündeten. Achso, ne. Achso, wen sollen wir schützen? Wer am wenigsten Leben denn der Berserker. Ja, Berserker, wie leid ein Verbündeten. Äh, okay, Magie. Ich hab keine Ahnung, was die Magie jetzt gebracht hat. Aber Magie, wähle einen Verbündeten. Ne, das können wir gar nicht machen. Weil ich das wäre bescheuert. Ach ja, das war gerade ein Fehler, glaube ich. Megabrand. Geht gar nicht. Ich glaube, ich hab einen Fehler gemacht, aber wir werden es diesmal nicht schaffen. Äh, ja, der hat doch Megabrand, oder? Megabrand. Auf den, den, den und den. Und die. Okay. Ich bin, ihr schützt ihre Verbündeten. Äh, hier hatten wir noch eine tolle Magie. Wendigung. So. Sie haben einen HW down gekriegt. Nur ein. Na, die Spinn hat die Attacke abgewirrt. Aber bei Serker HW, den hatten wir vorher noch zum Glück geheilt. Ähm. 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 Die. Wählen Opfer. Hier. Ne, Berserker. Sieht noch ganz gut aus. Schussattacke mit doppelten Schaden. Ach so, der kann ja ab werden. Schussattacken. Ähm. Ähm. Berserker. Ja. Okay. Äh. Was? Ach so, was? Äh. Bring einen Gegner zu kurz für dich zu kämpfen. Habe ich nicht den kurz für mich kämpfen lassen? Äh. Äh. Geil. Äh. Äh. Feuerbrand. Hier, 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 hier und hier. Doch, das sieht gut aus. Wir schaffen das. Ich habe schon bekommen hier. Äh. Greifen wir einfach mit unserem Nahkampf. Super Nahkampf. Angriff, die Spinne fertig. Äh. Bring einen Gegner dazu kurz für dich zu kämpfen. Ach so, die müssen auch noch kämpfen können. Ne, hattet ihr überhaupt noch Magiepunkte oder sowas? Ich habe irgendwie keine Sichtbaren Schaden gesehen. Nein. Feuer HW. Das war der beste von allem. Und dieses Berserker HW. Musst du auch dran glauben. Heilt ein HW. Prost. Ähm. Messer HW hat wie viel Leben? Den heilen wir jetzt. Ich habe viel zu wenig auf die Taktik gesetzt. Kombo. Angriff auf den, der ist weg. Ist doch noch viel taktischer als ich jetzt gerade dachte. Schussattacke mit doppeltem Schaden auf den hier. Ja, eigentlich müsste es ganz gut laufen. Äh. Nahkampf mit doppelter Schaden. Hier auf den. Jetzt greift der den Drachen an. Der Drache ist weg. Ich glaube, Justizia kann nur heilen, oder? Und unser Heiler ist tot. Das ist schön. Aber die haben auch nur noch Justizia. Und Justizia kann nur heilen. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Offiziell gewonnen. Ja. Okay. Das war doch nicht so doof. Äh. Heile. Gegnerische Heile zum Schluss. Äh. Heilen. Achso. Achso. Ich bin wieder dran. Normale Angriffe reichen ist auch aus. Und je. Du hast gewonnen. Nein. Das kann nicht sein. Das war cool. Das war richtig cooles. an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen was sie will. Na klar. Randalle. Aber wir brauchen Regeln. Sonst! Sonst! Kandaal! Awww Mhm Genau Äh wo ist es? Achso wir haben keinen Weit Ach doch wir haben hier jetzt den Schiedsrichter HW Den Waren HW Und mit dem Messer können wir jetzt die anderen losschneiden und und mit dem Messer 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 und mit dem Messer